Perfekt! 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 Ich bin gespannt, Jungs. Das kann heute echt wieder dermaßen in die Hose gehen, wa? Laba 1-0 für den KSC. Fuck, ich werde wieder gespoilert, ich muss die Kommentare wegschieben. Aber als ob die jetzt das 1-0 gemacht haben. Das stimmt halt auch noch, ne? Super! Ja, geil, der Wanicek, ein Ex-Spieler von uns, war ja logisch, ne? Jawoll! Sehr schön, Korben, eiskalt reingemacht. Wunderbar, jetzt weiter. Lasst das euch ein Zeichen sein und wacht auf. Ich sag da gar nichts zu. So ein Tor fängt es nur auf VfB, ich sag da gar nichts zu. So ein Tor fangen nur wir uns. Aber gerade aus meiner Sicht und auch aus meiner Laune raus, gerade nach dem Spiel, geht es einzig und alleine um den dritten Platz gerade.